Ja, also wenn man jetzt also die Bildungstechnologien, die man im Klassenzimmer so verwendet, einmal auf die Seite lässt und sich dem einem anderen großen Thema widmet und zwar historisch gesehen, also wie hat sich zum Beispiel dieses Online-Lernen entwickelt, dann muss man so sagen, dass man am Anfang natürlich, kennen alle, wir haben eine CD-Prinzip gehabt, also man kann eigentlich sagen, es hat also irgendwo lokal auf einer CD, heute wäre es natürlich ein DVD, ein lokales Programm gegeben und damit haben sie gelernt und man hat damals das sogenanntes CBD, Computer-Based Training, bezeichnet und aus diesem CBD ist mit dem Aufkommen des Internets ja, sogenanntes WBT geworden, also Web-Based Training. Das ist also eigentlich der enorme Switch gewesen, dass man also von lokalen Programmen weggegangen ist zu etwas, was im Internet vorhanden war. Und um das zu verstehen, ist es so, dass man vielleicht Informationssysteme generell einmal betrachten sollte. Ein Informationssystem, also so wie wir als Informatiker sehen, ist also ein System, das im Prinzip Informationen übertragen kann, sie dann transformiert in das entsprechende Format, das man braucht, es dort abspeichern kann und es natürlich auch wieder bereitstellen kann. Also eigentlich eine sehr einfache Definition. Meistens ist es also eine Software, die heute überwiegend im Internet läuft, mit einer dazugehörigen Datenbank. Und da können wir im Prinzip dann also die Daten eben genauso aufbereiten, wie es dann der Endkunde oder die Endkundin wieder braucht. Jetzt ist es so, dass eigentlich die Entwicklung so war, dass wir von einem sogenannten Peer-to-Peer-Architektur, eine Peer-to-Peer-Architektur, müssen Sie sich so vorstellen, dass also jeder Computer gleichwertig im Netz steht. Das heißt also, der hat Informationen gespeichert und Sie greifen direkt auf einen anderen PC zu. Und so können Sie vielleicht also über dieses Netzwerk, können Computer im Prinzip miteinander kommunizieren. Hatte einen enormen Nachteil, wenn nämlich ein Computer natürlich, wo Sie gerade zugreifen wollten, nicht verfügbar ist in dem Netz, dann können Sie dort also die Informationen nicht mehr abrufen. Das heißt, Sie müssten sich vielleicht auf mehreren Computern oftmalig verteilen, das ist alles viel zu aufwändig. Und daher ist man immer mehr übergegangen zu einer sogenannten Client-Server-Architektur. Mit anderen Worten, es gibt also große Rechner, sogenannte Server, die zentralen die Daten halten, die Software halten, je nachdem was Sie brauchen. Wenn Sie wollen, können Sie sich auch so die Cloud vorstellen, wo Sie mit Ihrem Client, das ist also Ihr einfaches Smartphone oder Ihr Laptop, zugreifen und diese Dinge dort abholen können. Und das ist also vielleicht die technische Revolution, die im Hintergrund passiert ist. Also weggegangen von einem einzigen Rechner sind wir heute ein Verbund von vielen, vielen Millionen an Computern, die also möglichst versuchen, zentral das abzurufen, zu speichern und wieder weiterzugeben. Und damit das alles also funktioniert, müssen Sie sich vielleicht das so vorstellen, es gibt also hier auf der einen Seite einfach ein Informationssystem, auf der anderen Seite ein Informationssystem, die müssen Daten über sogenannte Web-Schnittstellen austauschen. Diese Schnittstelle dazwischen ist standardisiert, damit das Programm A ganz genau weiß, was das Programm B mir liefert und was es also auch wieder zurückgeben sollte. Und durch die Standardisierung ist natürlich jetzt möglich, also weit über viele Informationssysteme hinweg, Daten auszutauschen, weil man so weiß, also Name, Familienname und Vorname ist klassischerweise überall gleich und wenn jeder das Gleiche abfragt, dann kann über diese Web-Schnittstelle natürlich Taten ausgetauscht werden. Und so hat sich das also weiterentwickelt, also von CPT zu WPT, wenn Sie sich erinnern, habe ich kurz erwähnt, also Web-Based Training. Da verstehen wir heute im Prinzip ein großes Netzwerk mit verschiedensten Informationssysteme, die natürlich für sogenannte Bildungszwecke eingesetzt werden. Ja, und jetzt gibt es natürlich spezielle Informationssysteme, das heißt also das Allgemeine war so kurz erklärt. Spannend sind ja jetzt natürlich die klassischen Systeme, die wir heute in der Bildung kennen. Ganz vorweg das sogenannte Learning Management System, abgekürzt wird es mit LMS, Learning Management System. Das kennen Sie vielleicht also aus der Schule bereits. Das ist also zum Beispiel Moodle als das weltweit größte Open-Source-System. Und das dient also natürlich diesem Zweck, also Informationen für die Bildungszwecke, so aufzubereiten, dass Sie Ihren Unterricht grundsätzlich unterstützen. Das heißt administrativ, organisatorisch und dann vielleicht sogar didaktisch. Das heißt, es ist ein riesen Informationssystem, Sie können dort Materialien zur Verfügung stellen, Sie können dort Klassen anlegen, Sie können Klassen verwalten, Sie können Prüfungen abgeben lassen, Sie können mit den Studierenden und den Schüler und Schülerinnen diskutieren und möglichst viele verschiedene Dinge ist heute wahrscheinlich das umfassendste System, ein Learning Management System. Ein zweites sehr umfassendes System ist ein sogenanntes E-Portfolio-System. Das unterscheidet sich von einem Learning Management System, das es eigentlich einen sehr starken Fokus auf E-Portfolios hat. Und E-Portfolios ist im Prinzip der Portfolio-Methode entnommen. Das heißt also, dass Schüler und Schülerinnen oder auch Studierende hier einfach etwas grundsätzlich abspeichern können in chronologischer Reihenfolge zu Dokumentarzwecken und darstellen können, wie ihre Arbeitsleistung war. Vielleicht kann man es so einfach beschreiben, das ist also für jeden Studierenden und Schüler und Schülerinnen eigener Weblog. Und in diesem Weblog kann man also einfach Dinge zusammenfassen und dann eben entsprechend mit verschiedensten Rechten freigeben an eine Gruppe oder an die Öffentlichkeit. Ein weiterer Schritt war die sogenannte persönliche Lernumgebung, eine sogenannte PLE für Personal Learning Environment. Das ist etwas grundsätzlich ein umstrittener Begriff. Einerseits ist es aus informatischer Sicht kann man das wieder als System sehen, dass es hoch flexibel und individualisierbar ist. Man könnte sich das ähnlich vorstellen wie die Smartphone-Oberfläche, wo sie ihre unterschiedlichsten Apps ablagern. Das heißt also, jedes Smartphone schaut eigentlich anders aus. Das heißt, jeder hat andere Apps installiert, hat genau das für seinen Alltag zusammengestellt. Und das gleiche könnte man natürlich auch für das Lernen machen. Das heißt, jeder Lernende hat im Prinzip eine Oberfläche, sei es im Web oder auf dem Tablet, das genau für sein Lernen abgestimmt wird. Das würde man als sogenannte Personal Learning Environment bezeichnen. Man kann natürlich dann auch mehr Dinge machen, indem man sagt, das Ganze gehört einem User-Account und so weiter und so fort. Und das vielleicht letzte und wesentlichste Informationssystem, das wir verwenden derzeit sind sogenannte MOOC-Plattformen. Sie besuchen hier gerade einen MOOC, einen Massive Open Online Course. Und dafür gibt es natürlich auch eigene Plattformen, wobei man natürlich sagen könnte, es sind abgespeckte Learning Management Systeme. Das heißt, technisch gesehen liegt vielleicht gar nicht viel anderes dahinter. Da ist es eine sehr spezielle Sparte, weil also der Content, wie wir ihn zur Verfügung stellen, die Prüfungen, wie wir sie machen oder auch die Diskussion, ist hier sehr stark reglementiert im Vergleich zu anderen Systemen, die vielleicht also viel mehr zulassen. Also, wenn Sie sich auf dieser MOOC-Plattform umschauen, dann bekommen Sie ein Gefühl, also wie die heute weltweiten MOOC-Plattformen im Wesentlichen funktionieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.